Hallo und herzlich willkommen zur 134. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Hallo Manuel. In dieser Folge haben wir Jesse zu Gast, der unter anderem hinter dem großartigen Podcast Powering Bitcoin steckt. Gemeinsam mit Jesse umreißen wir zunächst die Funktionsweise unseres Stromnetzes. Dabei stellen wir fest, dass es auch aufgrund der erneuerbaren Energien vor erheblichen Herausforderungen steht, die es zu bewältigen gilt. Ihr werdet es euch schon denken, Bitcoin könnte dabei helfen, das Stromnetz zu stabilisieren. Ob und wie das gelingen könnte und weshalb wir leider noch weit von einer Umsetzung in der Praxis entfernt sind, erfahrt ihr in dieser Folge. Außerdem besprechen wir eine interessante Theorie, nach welcher Bitcoin dabei helfen könnte, Strom auch in entlegene Gebiete der Welt zu bringen. In diesem Zusammenhang sprechen wir ebenfalls darüber, welche Vorteile sich daraus für die Bevölkerung ergeben würden. Noch ein kurzer Hinweis auf die beiden Sponsoren unseres Podcasts und dann geht es auch schon los. Werbung Relay macht das Sparen und Investieren in Bitcoin für jeden zugänglich. Die Bitcoin-Only-App ist einfach und intuitiv gestaltet und damit auch für Anfänger geeignet. In der App kannst du Bitcoin innerhalb weniger Minuten für Gebühren von bis zu einem Prozent kaufen und verkaufen, indem du unter anderem unseren Rabattcode btc-verstehen verwendest. Bei Relay ist keine Registrierung, Verifizierung oder Einzahlung erforderlich. Genauso wichtig wie ein einfacher und unkomplizierter Kauf ist jedoch die sichere Aufbewahrung. Jonas, das war dein Stichwort. Ja, wir sprechen hier im Podcast immer wieder darüber, welche großen Vorteile Bitcoin durch dessen Dezentralität besitzt und dass ihr dadurch wirklich im Besitz eurer Bitcoin sein könnt. Aus diesem Grund spielt aber auch die sichere Aufbewahrung eine große Rolle und an diesem Punkt können wir euch die Hardware Wallet Bitbox 02 von Shift Crypto empfehlen. Mit dieser könnt ihr eure Bitcoin gut haben bzw. besser gesagt die privaten Schlüssel langfristig und sicher aufbewahren. Durch die leichte Einrichtung und Handhabung können wir diese auch insbesondere allen Einsteiger und Einsteigerinnen wärmstens empfehlen. Und dank der Partnerschaft erhaltet ihr mit dem Code btc-verstehen 5% Rabatt auf die Bitcoin-Own-Edition der Bitbox 02. Alle Informationen zu Relay, der Bitbox und natürlich die Rabattcodes findet ihr nochmal in den Episodennotizen. Werbung Ende Und nun wünschen wir euch wie immer viel Spaß bei unserem Gespräch mit Jesse über Bitcoin und erneuerbare Energien. Hallo Jesse, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Es freut uns wirklich sehr, dass du die Zeit nimmst. Ja, vielen, vielen Dank Jungs. Danke für euer Interesse und dass ihr mich eingeladen habt. Hallo. Denn wir haben heute glaube ich ein richtig, richtig spannendes Thema. Wir haben schon häufig über das Thema Mining gesprochen. Wir haben so ein bisschen über erneuerbare Energien gesprochen, aber wir haben noch nie so richtig tief reingeschaut, wie die beiden zusammenspielen können, gerade in Richtung Zukunft. Und bevor wir beginnen, willst du uns ganz kurz mit ein paar Worten erläutern, so viel wie du preisgeben möchtest, wie du dich mit diesem Thema beschäftigst und vor allem auch warum. Ja, ich reiße es ganz kurz an. Also ich habe Energiewirtschaft studiert. Ich habe auch bei der Weg, meinen ganzen Weg zu Bitcoin nochmal ausführlich erklärt und so weiter. Ich bin jetzt seit nunmehr vielleicht ungefähr zwölf Jahren in der Energiewirtschaft unterwegs, habe wie gesagt Energiewirtschaft studiert und bin danach zu einer Firma gegangen, die sich um Minigrits kümmert in Westafrika. Und da geht es eben auch viel um Energiethemen, wie wird Energie erzeugt, wie wird sie gespeichert, wie wird sie verbraucht, wie wird sie zu den Kunden geleitet und all solche Geschichten. Habe in meinem Studium halt einen relativ groben Überblick bekommen und kann das Ganze jetzt sehr gut mit Bitcoin eben einordnen, sag ich mal, oder verbinden, so die energiewirtschaftlichen Themen. Ich bin in Hamburg geboren und lebe jetzt seit geraumer Zeit in Südafrika mit meiner Familie und ja, genau, versuche das Thema Bitcoin von hier ein wenig voranzubringen. Ja, super spannend. Deshalb auch nochmal von meiner Seite vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Freut uns, dass wir gerade mit dir über die Themen sprechen können, die Jonas angerissen hat. Insofern würde ich sagen, starten wir doch direkt rein, wenn wir uns mit erneuerbaren Energien auseinandersetzen und Energie insgesamt und wie Bitcoin helfen könnte. Hilft es ja, sich erstmal bewusst zu machen, wie eigentlich unser Energiesystem aktuell funktioniert. Möchtest du da mal ein bisschen zu ausführen, also wie funktioniert das Netz? Du hast ja auch in dem 21 Magazin einen Artikel dazu geschrieben, du hast da unterschiedliche Bausteine angesprochen. Führ da gerne mal ein bisschen zu aus und ja, führen sie in die Gedanken ein, die du da hast. Ja, gerne. Also erstmal muss man sagen, Energiesysteme funktionieren in der Theorie zwar überall gleich, aber je nach Land ist natürlich die Voraussetzung komplett unterschiedlich. Also wir haben in Deutschland, Europa ein sehr stark ausgebautes Netz. In Mali ist das überhaupt nicht der Fall. Da kann man nachts vom Satelliten aufs Land gucken und dann kann man ungefähr gucken, wo die Leitung langläuft, wenn man sich die Orte ansieht, die irgendwie hell beleuchtet sind. Den Artikel im 21 Magazin habe ich genau geschrieben zu Bausteinen, weil das halt so ein bisschen die Linse auch zeigt, mit der man vielleicht ab und an durchs Leben läuft, wenn man sich mit Energiewirtschaftsthemen auseinandersetzt, wenn man sich also anguckt, wie funktionieren Erzeuger, was verbraucht Energie, wie fließt Energie, wie wird Energie umgewandelt. Also generell funktioniert ein Energiesystem so, man hat irgendwo eine Erzeugung von Energie, die vorher schon da gewesen ist. Man erzeugt Elektrizität. Die Elektrizität, um die es meistens geht, wenn wir uns über Energiesysteme unterhalten, wird dann zum Verbraucher geleitet und dort wieder verbraucht, um wieder von sozusagen, um wieder von Elektrizität in andere Energieformen umgewandelt zu werden. So funktioniert im Groben ein Energiesystem. Heute ist es so, dass wir eigentlich eine Energiesystemstruktur haben, die komplett top-down orientiert ist. Ja, also man hat irgendwo einen Erzeuger von Energie. Die Energie wird dann zu den Verbrauchern geleitet. Also es ist wie so ein Trickle-Down-Effekt sozusagen. Das entsteht daraus, dass wir eben uns historisch gesehen immer auf fossile Brennstoffe fokussiert haben, die irgendwo zentral in großen Mengen verbrannt werden oder was auch immer, um dann eben Wärme zu erzeugen, um irgendwas zum Drehen zu bringen über Wasserdampf und dadurch dann Strom zu erzeugen. Und heute ist es halt ganz anders. Also heute haben wir halt seit der Energiewende ein System, was sich darauf fokussiert, dass wir eben bottom-up Strom erzeugen, so wie auch hier in Südafrika zum Beispiel. Die Leute fangen jetzt an, sich überall Solar aufs Dach zu setzen, so wie in Deutschland auch. Man hat große Solaranlagen, Windkrafträder und so weiter, die halt an dezentralen Einspeisepunkten im Niederspannungsnetz Strom einspeisen. Zu den Strom-Ebenen, da geht es dann eben auch um diese Top-Down-Infrastruktur. Man hat also Höchstspannung, Hochspannung, Mittelspannung und Niederspannung. Und das geht eben dann darum, dass man eben möglichst wenig Verluste hat, wenn man den Strom leitet. Also wenn ich Niederspannung habe, dann kann ich den Strom ungefähr zwei Kilometer durch ein Kabel leiten, bis mir der Widerstand im Kabel zu groß wird, dass ich den Strom effektiv nicht mehr mit meinen Stromverbrauchern verbrauchen kann, weil die Qualität nicht mehr gut genug ist. So, wenn jetzt also ein großes Kraftwerk irgendwo in der Mitte von der Pampa steht, dann muss man eben zusehen, dass der Strom, der da rauskommt, nicht direkt wieder im Kabel verpufft oder in der Leitung. Und deswegen leitet man den Strom mit 400 kV sozusagen los am Einspeisezeitpunkt, zum Einspeisepunkt. Und verbraucht ihn halt bei euch in der Steckdose, wenn ihr euch umdreht, mit 230 Volt. Das macht eigentlich im Endeffekt das Energiesystem aus, dass man eben versucht, den Strom, der auf Höchstspannung irgendwo eingespeist und produziert wird, auf Niederspannung umzuleiten, damit er dann bei uns aus der Steckdose kommt. So, und wenn wir jetzt nochmal zum Thema Erneuerbare zurückkommen, worüber wir heute auch ein bisschen reden werden, ist es halt so, dass der Strom auf einmal dezentral, so wie wir es ja eigentlich mögen, auf Niederspannungsebene produziert und auch eingespeist wird. Und da ergeben sich halt eine Reihe von Problemen, die wir dabei sind zu lösen. Willst du denn diese Probleme schon mal ausführen oder geht es schon zu weit? Ja, können wir gerne machen. Also ein Problem ist auf jeden Fall die Steuerung. Also historisch gesehen, wie gesagt, und die müssten nicht stoppen, wenn das schon zu tief geht, ist es halt so, dass wir einen zentralen Einspeisepunkt hatten und auch teilweise immer noch haben. Sehen wir jetzt ja gerade bei unserer Energiekrise, da werden wieder die Kohlekraftwerke angeworfen. So, und da sitzt dann jemand am Drehrad, ich sage jetzt mal ganz bildlich gesprochen, und guckt drauf, wie viel Strom wird gerade irgendwie verbraucht, wie viel brauchen wir vielleicht in naher Zukunft und dreht am Rädchen. Ein besonderer Punkt, um da nicht zu sehr ins Detail zu gehen, ist eben auch die Frequenz im Netz. Ja, das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den darf ich auf gar keinen Fall vergessen. Frequenz im Netz, da geht es darum, dass das Ausgleich und Erzeugung, ein Ausgleich zwischen Erzeugung und Verbrauch stattfindet. Wir müssen also immer in unserem Stromnetz in Deutschland und in den meisten anderen Teilen der Welt eine Frequenz von 50 Hertz im Netz haben. Heißt, der Pol zwischen Plus und Minus schwankt 50 Mal pro Sekunde im Stromnetz hin und her. Das ist wichtig für die Geräte, die eben den Strom verbrauchen, für Generatoren und für Motoren, weil die eben nur mit dieser Frequenz arbeiten. Wechselstrom, Gleichstrom ist ein ähnliches Thema, muss ich auch nicht zusätzlich teilgehen, kann man sicherlich auch wieder einzelne Folgen drüber machen. Energiewirtschaft ist ein eigenes Rabbit Hole für sich. Aber genau, also wir haben Drehstrom, 50 Hertz, der wird geleitet und es ist eben wichtig, dass zu jedem Zeitpunkt ein Ausgleich stattfindet zwischen Erzeugung und Verbrauch und der wird eben dadurch signalisiert, dass das Stromnetz bei 50 Hertz den Strom leitet. Und das ist in einem Minimalbereich darf es dazu ab zu Schwankungen kommen, aber eben nicht zu stark. Warum nicht? Weil Geräte da sehr, sehr empfindlich drauf reagieren. Also wenn wir große Motoren haben, die im Industriebereich zum Einsatz kommen zum Beispiel, dann haben die eine relativ technische, eine strikte Vorgabe, was für ein Input sie aufnehmen. Und wenn der eben nicht kommt, dann riskiert man, dass diese Motoren kaputt gehen. Und bevor das passiert, schalten sie eben ab. Das Problem, wenn diese Motoren dann abschalten, ist in dem Moment, dass sofort die Nachfrage wegbricht, was dann dazu führt, dass die Frequenz im Netz noch stärker steigt, weil auf einmal haben wir viel zu viel Strom im Netz und keine Nachfrage mehr, weil die Motoren alle ausgehen, weil die Stromqualität nicht mehr stimmt. Und da hat man so einen kaskadierenden Effekt, der relativ schnell zu einem Blackout führen kann. Und das sind alles so Sachen, um die es bei der Energiewirtschaft geht. Problem ist, wir hatten historisch, wie gesagt, diese Top-Down-Struktur, mit der man das relativ schnell und einfach steuern kann. Also wenn das irgendwie WM-Finale fünf Minuten Nachspielzeit hat, dann weiß man relativ genau, wie die Nachfrage sich im Netz auf Sicht entwickelt, sage ich jetzt mal. Und das haben wir heute halt nicht mehr. Also heute ist es deutlich schwieriger, die Standard-Lastkurve, so nennt man das in der Indigiewirtschaft, von Verbrauchern vorherzubestimmen, weil das Leben sich halt verändert, maßgeblich durchs Internet. Wann konsumiere ich meine Inhalte? Wann bin ich irgendwie zu Hause Homeoffice? Jeder arbeitet nicht mehr von 9 to 5 und hat seine Kinder zu Hause. Also ich will nur sagen, diese Wandlung in der Gesellschaft und im Arbeitsleben und in der Industrie vor allem, die sorgen halt dafür, dass sich das Nachfrageverhalten im Netz ändert. Und gleichzeitig ändert sich auch die Erzeugungskomponente, indem wir immer mehr, wie gesagt, die zentrale Einspeise haben. Und dafür ist das Energiesystem nicht ausgelegt. Und ein großes Problem zum Beispiel ist die automatisierte Steuerung. Also die automatisierte Steuerung im Netz ist, es funktioniert vollautomatisiert und in Millisekunden schneller. Wird eben geregelt, wie viel Strom im Netz ist und wie viel Bedarf ist da. Und das gab es halt vorher nicht. Und da muss man jetzt halt zusehen, dass man Umspannwerke und Bilanzkreise und so weiter, dass man das, ich werfe jetzt mit Begriffen durch den Raum, dass man das alles umbaut von eben Top-Down-Orientierung zu Bottom-Up. Okay, erstmal vielen Dank für die detaillierten Erläuterungen. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Für mich, für uns. Und ich grätsch bitte gern rein, wenn ich irgendwo an irgendeiner Stelle zu sehr vereinfache. Im Endeffekt steht man ja vor der Herausforderung, dass wir ein Energienetz haben. Ich meine, in deinem Podcast hast du mal gesagt, Strom muss fließen. Sprich, der Zeitpunkt der Erzeugung muss im Endeffekt dem Zeitpunkt entsprechen, in dem Strom abgenommen wird. Jetzt haben wir traditionell ein Netz aus beispielsweise Kohlekraftwerken, aus Atomkraftwerken. Sprich, wir haben zentrale Einspeiser. Und diese zentralen Einspeiser können relativ verlässlich prognostizierbar Energie eben ins Netz speisen. Und aus der Vergangenheit hat man eben Erfahrungswerte, zu welcher Uhrzeit die Verbraucher gegebenenfalls mehr Strom nachfragen als zu anderen Zeitpunkten. Und dementsprechend sitzt dann irgendeiner und dreht am Rädchen, wie du so schön gesagt hast, und fährt das Ganze rauf oder runter. Wenn ein Ungleichgewicht entstehen sollte, sprich, wenn zu viel Nachfrage ist, wirkt sich das negativ aus. Wenn zu wenig Nachfrage ist, wirkt sich das negativ aus, weil dann weichen wir eben ab von den von dir angesprochenen 50 Hertz. Das heißt, in dem Ausgangsszenario, wo wir das Netz haben, in der Situation, wie ich es gerade umrissen habe, ist erst mal alles soweit gut. Jetzt kommen aber erneuerbare Energien dazu. Und wir alle wissen, der Wind bläst nicht prognostizierbar, die Sonne scheint nicht prognostizierbar. Das heißt, irgendwo kommen jetzt neue Einspeiser hinzu, die erst mal nicht prognostizierbar sind, was die Herstellung von Strom angeht. Und zum anderen auch nicht zentral sind. Das heißt, man kann nicht einfach irgendwo anrufen und sagen, Stromhersteller 512, bitte fahr jetzt mal bitte runter, weil es ist einfach sehr komplex geworden durch diese Dezentralität. Das heißt jetzt für mich als Laie, man braucht irgendwelche Bausteine, die eben als Puffer fungieren können. Und diese Puffer haben eben die Aufgabe, diese erhöhte Einspeisung beispielsweise auszugleichen. Und da kommen ja die von dir in deinem Artikel angesprochenen Technologien in Betracht. In aller Munde sind ja im Endeffekt Wasserstoff als Speichertechnologie oder eben vereinfacht ausgedrückt Batterien in jeglicher Form. Erfüllen die deine Auffassung nach ihren Zweck, um diese Schwankungen auszugleichen? Oder sind wir da, was die Entwicklung angeht, noch so weit davon entfernt, von der Marktreife, dass es im Endeffekt gegebenenfalls direkt potenziell, kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, die eine Alternativtechnologie geben müsste, wie beispielsweise Bitcoin? Ja, absolut. Also es ist erstmal eine wunderbare Zusammenfassung. Danke dir, dass du mein wirres Gedankenspiel versucht hast, etwas zusammenzufassen. Ich gehe vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ganz wichtig bei dieser ganzen Betrachtung ist auch, dass sich eben maßgeblich die Erzeugung nach der Nachfrage orientiert und nicht umgekehrt. Also wir wollen Strom verbrauchen, wenn wir Lust haben und nicht, wenn das Kraftwerk gerade irgendwie Lust hat. Und dadurch ergeben sich nochmal weitere Komplikationen. Also wenn man sich zum Beispiel auch den Strommarkt ansieht, ich weiß nicht, ob euch die Merit Order was sagt. Die Merit Order sagt, das ist jetzt auch nochmal ordentlich diskutiert worden, diese ganzen Gaskrisengeschichte. Was wird zuerst verkauft? Welche Kilowattstunde wird zuerst von welchem Verbraucher, von welchem Erzeuger verkauft? Und man hat eben mit Sonne und Wind zum Beispiel Erzeuger, die relativ günstig Strom erzeugen können, weil sie eben nicht auf Primärenergieträgern, also nicht Kohle, Gas, Uran oder was auch immer, zurückgreifen müssen. Und das ist ja erstmal schön. Also wir haben jetzt erstmal als Menschheit die Möglichkeit, Energie zu nutzen, Solarenergie, Wind, der aufgewärmt wird von der Sonne und Strahlung von der Sonne, die wir vorher gar nicht nutzen konnten. Das ist erstmal ein guter Punkt. Nur was du sagst, ist genau richtig so. Wir haben eben eine Nachfrage, die bedient werden muss. Und wenn wir immer weiter fluktuierende Energieträger haben, dann ist es physikalisch einfach so, dass wir halt zusehen müssen, wie wir die Lücken schließen, die zustande kommen, wenn diese Energieerzeuger nicht verfügbar sind. Warum erwähne ich die Merit Order? Weil je mehr Solar und Wind ins Netz kommt, je mehr Strom von diesen Energieerzeugern geliefert werden kann, desto mehr verrückt, die Leute können es jetzt nicht sehen, aber ich mache mit der Hand so eine Verschiebungsbewegung, desto mehr rückt sozusagen die fossilen Energieträger oder die Erzeuger, die aus fossilen Brennstoffen Energieerzeugern erzeugen, rücken immer weiter raus und werden immer weiter vom Markt verdrängt. Und irgendwann lohnt es sich halt nicht mehr, wenn ich mein Kohlekraftwerk nur eine gewisse Anzahl an Stunden laufen lassen kann im Monat, lohnt es sich halt nicht mehr, das zu betreiben. So, und jetzt stehen wir halt vor der Problematik, dass wir, das ist ja auch sehr viel diskutiert, unsere Energieerzeugung nicht auf fluktuierenden Energieträgern aufbauen können und wir brauchen halt diese Erzeuger, die eben auf Zuruf an- und ausgehen können. Maßgeblich haben wir jetzt dafür Gaskraftwerke benutzt, weil die eben sehr schnell reagieren können, ja, also wenn wir ein Loch haben in der Erzeugungsseite, dann werden Gaskraftwerke für die Primärenergie, Leistprimärregelenergie eingesetzt, um eben relativ schnell eine Turbine zum Drehen zu bringen, die sich vielleicht auch schon dreht, um eben zusätzliche Power im Netz zu haben. Kohlekraftwerke kann man, ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber nicht so flexibel steuern. Das dauert so zwei Tage, bis man die irgendwie an ihrem Pegelpunkt eingeregelt hat, wo sie vielleicht hin sollen und das hilft halt nicht. Genau, und jetzt kommen wir zu diesem Punkt Bausteine, Seite 49, 21 Magazin, die ich da eben versucht habe zu beschreiben. So, wir haben bei allem, ob es dein Telefon ist, dein Toaster ist, ob es ein, keine Ahnung, ein Papierhersteller ist, ob es ein Gaskraftwerker ist, ob es ein Windrad ist. Überall hast du Inputs und Outputs und durch diese Lense habe ich versucht, so ein bisschen zu betrachten, wie unser System funktioniert. Also zum Beispiel, ja, ich nehme Benzin, fülle das in den Tank, ich fahre los und weniger als 50 Prozent wird davon in kinetische Energie umgewandelt und der Rest ist einfach nur Abwärme. So, und am Ende, um es ein bisschen abstrakt zu machen, ist es so, dass jede Energieform zu einem Teil in Wärme umgewandelt wird und es geht eigentlich immer darum, wie das zu vermeiden. Ja, also ich will in den meisten Fällen keine Wärme haben, sondern ich will kinetische Energie haben oder ich will Strom haben. Und überall, wenn ich zum Beispiel ein Windrad nehme, da bläst jetzt der Wind, das ist der Input und der Output ist Strom, aber auch Abwärme. So, wenn ich einen Toaster habe, dann verändert sich Moleküle im Toast, aber ich habe sehr, sehr viel Abwärme. Und eigentlich will ich ja nicht, dass der Toaster warm wird, sondern ich will, dass mein Toast getoastet wird. Und durch diese Linse habe ich jetzt versucht, das so ein bisschen zu betrachten, was Inputs und Outputs bedeuten. Und Speicher, die du angesprochen hast, sind jetzt halt eine sehr besondere Komponente, weil man hier halt eben zum ersten Mal dann diesen Zeitfaktor mit drin hat. Also ich muss Energie immer dann verbrauchen, wenn ich sie auch erzeuge. Energie muss irgendwo hin, sonst wird sie nicht erzeugt. Wenn ich ein Solarpanel in die Sonne lege, dann passiert nichts. Aber sobald ich Verbraucher anschließe, dann wird auf einmal Elektrizität erzeugt und Abwärme. Genau, und das Problem ist halt jetzt, und da kommt so ein bisschen die Erfahrung aus den Mini-Grids in Westafrika, mit denen ich mich jetzt lange beschäftigt habe, ins Spiel, dass man mit Batterien und Stromspeichern eben Strom zwischenspeichern kann, also erzeugen kann, obwohl ich ihn nicht direkt verbrauche. Und Speicher gibt es jetzt viele. Du hast jetzt Wasserstoff und klassische Batteriespeicher angesprochen. Es gibt alle möglichen, also da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Also ich kann auch Druckluft in einem Speicher reinpumpen und das dann wieder durch eine Turbine jagen und die Luft ablassen. Ich kann Wasser einen Berg hochpumpen und die das zum späteren Zeitpunkt wieder runterlassen. Dann speichere ich das eben in kinetischer Energie sozusagen oder ich erzeuge kinetische Energie. Was gibt es noch? Schwungräder. Also ich benutze einen Motor, um ein Schwungrad anzutreiben. Das dreht sich und wenn ich einen Strom brauche, dann drehe ich den Motor um und lasse ihn zum Generator werden und erzeuge Strom wieder. Also da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Aber das eine Problem aus meiner Sicht, was all diese Speichertechnologien eben teilen, ist, dass sie physische Infrastruktur benötigen und eine gewisse Kapazität haben. Irgendwann ist halt Schluss. Und das war eben der Aufhänger auch für den Artikel, dass man halt sagt, okay, wie funktioniert Bitcoin Mining? Ich, ich, es gibt diesen Ausdruck von, von Sailor, mit dem ich auch so ein bisschen Schwierigkeiten habe. Bitcoin ist Digital Energy. Und das verleitet Laien eventuell, ich weiß es gar nicht, ob es wirklich so ist, vielleicht dazu zu denken, dass man mit Bitcoin Energie erzeugen kann. So ist es ja nicht. So, er sagt ja, ich kann mit, mit überschüssiger Energie Strom erzeugen, Bitcoin erzeugen, Entschuldigung, und kann das irgendwo hinschicken und dafür wieder Strom kaufen. So, das ist, das ist der Aufhänger an, an, an dieser These, meiner Meinung nach. Ja, und Bitcoin teilt sich da ein weiteres Feature mit Gold. Also bei Gold ist es ja auch so, dass Gold seine Schwächen hat, weil es eben physisch ist und nicht in Lichtgeschwindigkeit durch die Welt gejagt werden kann, weil es eine Masse hat. Und den gleichen Vorteil macht sich Bitcoin hier auch zunutze, weil man eben sagt, man kann eine Energieinfrastruktur anbinden, ohne eine Masse in Form von Leitungen zum Beispiel zu nutzen. Ja, also wie viel, wie viel ist Batteriestrom wert, wenn keine Stromleitung dran hängt? Gar nichts. Wie viel ist Bitcoin wert, wenn wir Bitcoin nicht verschicken könnten? Gar nichts. Ja, also es bringt mir gar nichts, wenn ich die Energie irgendwo habe, wo ich sie nirgendwo hinbekomme. Und genau das löst halt Bitcoin in einem sehr, ja, in einem sehr neuartigen, auch für die Energiesysteme neuartigen oder Energiewirtschaft neuartigen, neuartigen Modell. Dass man eben sagt, man hat die Möglichkeit, Strom in etwas umzuwandeln, was Wert hat und durch die Luft zu schicken sozusagen. Alles, was man braucht, ist eine Internetverbindung und die ist halt in den meisten Fällen sogar vorhanden und wenn nicht, sehr günstig im Vergleich zu Stromtrassen und zum Beispiel Wasserstoff und Gasleitungen herzustellen. Das ist nämlich ein Punkt, den ich bei der Vorbereitung so ein bisschen hatte oder eine Frage besser gesagt. Man vergleicht jetzt, also wir haben jetzt versucht teilweise zu vergleichen oder vielleicht vergleichen jetzt einige diese Speicherer-Technologien, die du jetzt gerade angesprochen hast, wie Wasserstoff zum Beispiel, in dem ich ja den Strom oder Energie zeitlich speichern kann, um sie später zu nutzen. Und bei Bitcoin klingt es ebenso, aber jetzt rein hypothetisch gedacht als Szenario, ich ersteuge den Strom, speichere das Ganze in Wasserstoff. Ich kenne mich jetzt nicht ganz genau aus, aber kann ich den Wasserstoff transportieren? Ja, du kannst ihn in Tanks füllen, auf dem Laster durch die Gegend fahren oder du kannst ihn eben in eine Gasleitung, du kannst glaube ich aus Wasserstoff Methan herstellen und das Methan kannst du ins Erdgasnetz einspeisen zum Beispiel. Okay, das heißt, ich kann an einem Ort diesen Wasserstoff herstellen, ihn in einen anderen Ort bringen und dort wieder oben den Strom wieder erzeugen und dadurch zum Beispiel meine Lampe in meinem Zimmer an. Ja, oder du füllst es halt irgendwie, ich kenne das sicherlich, diese Wasserstoffbusse und was auch immer. Also man kann halt Wasserstoff auch direkt als Energieträger nutzen, um eben, keine Ahnung, öffentliche Infrastruktur zu betreiben, also Busse, Bahnen, was gibt es glaube ich so Wasserstofffahrzeuge für, Wasserstoffautos gibt es ja auch. Den Punkt, worauf ich hinaus möchte, ist nämlich, wenn ich jetzt Bitcoin eben nehme und das Mining betreibe, eben an diesem Ort, wo zum Beispiel dieser überschüssige Strom da ist, dann habe ich die Energie ja in diesem Bitcoin gespeichert, ob man das so ausdrücken kann, ja, es ist unabhängig von der Frage und wie du gesagt hast, ich kann ihn weiterschicken, theoretisch in Sekunden schneller ans andere Ende der Welt. Genau, also eigentlich, ich unterbreche dich, sorry Jonas, also eigentlich wandelst du es ja nicht in Bitcoin um, sondern du wandelst die Energie, die der Bitcoin-Miner aufnimmt, um in Hashes und Wärme. Der Input ist Strom, der Output sind Hashes und Wärme, so und diese Hashes sind halt das, was den Wert trägt, indem du eben die Chance hast, mit jedem Hash einen richtigen Block zu finden sozusagen oder eine Lösung für einen richtigen Block zu finden. Aber ich kann sie dadurch eben den Bitcoin nicht mit Wasserstoff und anderen Speichertechnologien vergleichen, weil ich den Bitcoin ja nicht verschicken kann und dort wiederum aus dem die Energie rausziehen kann. Das eine, was ich machen kann, ich kann vor Ort, wenn eine Energie- oder Stromquelle da ist, ich kann das eben damit bezahlen oder mit nachfragen, aber aus diesem Bitcoin, blöd gesagt, aus dem kriege ich nicht meine Lampe an. Das darf ich, glaube ich, diesen Punkt muss man ein bisschen differenzieren. Ein Bitcoin ist kein Motor und auch kein Generator. Der zweite Punkt ist eben die Kapazität, um das vielleicht einfach nur kurz der Vollständigkeit halber erwähnt zu haben. Also wir haben auf der einen Seite den Vorteil, keine physische Infrastruktur nötig, lediglich halt eine Mobilfunk-Anbindung oder eine Internet-Anbindung und auf der anderen Seite eben das Thema der Kapazität. Also irgendwann ist halt ein Batteriespeicher voll und das ist halt bei Bitcoin nicht so. Ich kann unbegrenzt viel Energie da rein speichern sozusagen oder in Hashes umwandeln. Also könnte Bitcoin eben stabilisierend wirken, als Puffer wirken, wie die von dir angesprochenen anderen Technologien auch, aber du speicherst natürlich keine Energie, mehr wendet Energie auf, erzeugt Wärme und Hashes. Damit kann man das nicht stabilisieren, aber wie du gesagt hast, Bitcoin ist kein Motor, also kein Motor im energietechnischen Sinne. Ich hätte gern, oder zwei Fragen, die mir gerade gekommen sind. Zum einen, kannst du sagen, wie viel Prozent der erneuerbaren Energien aktuell im Sand verlaufen, diese Stranded Energy, von der man immer wieder liest, also gern auf Deutschland und auch im globalen Rahmen bezogen, wenn du da Zahlen im Kopf hast. Also, ich antworte jetzt ganz doof auf die erste, ja, erst auf diese Frage, ganz doofe Antwort, Stranded Energy wird gar nicht verbraucht oder verschwendet, weil sie wird nicht erzeugt. Also, wie viel Stranded Energy es auf dem Planeten gibt, kann keiner bestimmen, glaube ich. Also, ich glaube nicht, dass man das irgendwie zusammenkriegt, weil auch keiner ein Interesse hat, das auszurechnen. Also, es gibt ja kein wirtschaftliches Interesse daran. Wichtig ist nur bei dieser ganzen Bitcoin- und Energiedebatte ist, wenn ich Stranded Energy nutze, ja, und man redet vom Gesamtverbrauch, dann erzeugt ja Bitcoins oder führt Bitcoin zum ersten Mal dazu, dass man die Energie überhaupt erzeugt oder den Strom überhaupt erstmal erzeugt, ja. Unterschied zwischen Energie und Strom, da muss ich auch, den Fehler mache ich sehr häufig. Energie ist überall um uns herum. Die Frage ist, wie wandeln wir die um, meistens zu Strom, weil das ist das, was wir am meisten nachfragen. Und wenn man sich als Salvador zum Beispiel ein Gaskraftwerk anguckt oder ein Geothermiekraftwerk, dann geht es halt da darum, Erdwärme in Strom umzuwandeln. Und wenn ich jetzt Energie, also Erdwärme nutze zum ersten Mal, um damit Bitcoin zu produzieren, dann ist das halt Energie, die wir vorher gar nicht umgewandelt haben. Das ist etwas paradox, ja, aber da geht es so ein bisschen um die Debatte, wie viel Anteil hat Bitcoin am Gesamtelektrizitätsverbrauch der Welt. So, und der Punkt, den Leute oft vergessen ist, durch Bitcoin überhaupt werden zusätzliche Energiequellen nutzbar, um daraus Elektrizität zu erzeugen, die es vorher gar nicht gegeben hat. Kannst du den Punkt ein bisschen ausarbeiten noch, glaube ich, weil der ist ja sehr, sehr interessant. Ja, also, wenn ich, praktisches Beispiel, ich habe einen Wasserfall. Ich könnte jetzt, wenn ich genug Nachfrage hätte, jeden Tropfen nutzen und den durch eine Turbine jagen, der von diesem Wasserfall kommt. Kann ich aber praktisch nicht, weil ich eventuell gar nicht die Nachfrage habe, um das Netz dann wieder bei 50 Hertz zu halten. Also muss ich einen gewissen Anteil, wenn ich meine Nachfrage kenne, immer an der Turbine vorbeilaufen lassen, wenn es zu viel ist. Und das ist ja Energie, die man dann nicht nutzt. Ja, also die Energie kommt vor, das Wasser fällt den Berg runter und wir haben sie nicht zu Strom umgewandelt, weil es keine Nachfrage dafür gibt. Wenn ich Betreiber bin von einem Wasserkraftwerk ärgere ich mich darüber, weil jede Kilowattstunde, die ich erzeugen kann, ist für mich Geld und damit kann ich eben meine Investitionen refinanzieren. Jetzt kommt Bitcoin-Mining ins Spiel und sagt, ich kann immer und zu jeder Zeit Strom abnehmen, so viel du willst. Ja, also ich kann zu jeder Energiegröße, die vorhanden ist, die vorher nicht genutzt wird, die ungenutzt ist, kann ich in Größe Bitcoin-Miner daneben stellen. Ganz vereinfacht gesagt und kann anfangen, diese Energie, die vorher den Berg runter gefallen ist, ohne dass sie umgewandelt wird zu Strom, zu Strom umwandeln und habe dafür eine Nachfrage, die ich, um noch ein wenig Komplexität hinzuzufügen, relativ zeitnah auch verbrauchen kann. Ja, also Regelenergie ist ein ganz großes Thema. Wie schnell kann ich Verbraucher und Erzeuger regeln, wenn es darum geht, das Netz auszugleichen? Und das Besondere bei Bitcoin, ein weiterer Punkt, ist, dass es halt Verbraucher sind, die innerhalb von 30 Sekunden am Netz sein können. Sogar schneller, wenn man sie über spezielle Software vorher sozusagen im Standby-Modus laufen lässt und dann mit einem Fingerschnipp hochrampt und einfach Strom reinschießt. So, das heißt also, Bitcoin-Mining hat noch eine Komplexität und noch eine weitere Besonderheit, dass man es eben schafft, mit Bitcoin-Mining sehr schnell, in einem sehr schnellen Zeitrahmen Energie zu nutzen und diese zu Strom umzuwandeln. Ja, also wenn ich zum Beispiel ein Kraftwerk habe oder einen Großverbraucher, der sehr viel Energie nutzt, dann dauert es eventuell, bis ich den so weit habe, dass er zusätzlichen Strom aufnehmen kann und für mich fungieren kann als Netzstabilität im Netz. Aber bei Bitcoin-Mining ist es eben so, dass ich praktisch mit Fingerschnipp zusehen kann, dass ich zusätzlichen Strom, der verbraucht werden muss, irgendwo hinschicke. Um nochmal auf den Begriff des Trended Energy einzugehen, habe ich dich richtig verstanden, ist im Endeffekt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, weil dieser Begriff auf eben die Energie abstellt, die jetzt, um in deinem Beispiel zu bleiben, am Generator vorbei nutzlos den Berg runterfällt und damit nie erzeugt wurde. Also es wird auf was abgestellt, was es ohne Abnehmer nicht geben würde, weil man immer ein bisschen Reserven vorhalten muss, um dann eine eventuell unvorhergesehene Stromspitze eben abfangen zu können. Genau, die Kritik, wir könnten doch die erneuerbare Energie auch für was anderes verwenden, haben wir alle schon gehört, ist aber meiner Meinung nach Quatsch, weil es diese Energie ohne Bitcoin-Mining, würde diese Energie gar nicht zu Strom umgewandelt werden. Und das Ganze, und es tut mir leid, wenn das ein wenig wirr ist, aber es ist halt sehr komplex und manchmal sehr, sehr schwierig, das für mich in einfache Worte zu fassen oder unkomplex darzustellen. Der Preis ist ja eigentlich das, was darüber Aussage trifft, wie sehr Strom genutzt wird oder wie viel Nachfrage herrscht. So, und wenn ich jetzt halt eine erneuerbare Energieanlage habe, dann wird diese auch immer Strom in ein Netz einspeisen, sofern verfügbar, weil es im Netz Verbraucher gibt, die dafür wesentlich mehr bezahlen können als ein Bitcoin-Miner. Und deswegen, also klar muss man da vorsichtig sein, da gibt es sicherlich auch Gegenargumente für, aber generell ist meiner Meinung nach das Argument, wir könnten den Strom auch für was anderes verwenden, Quatsch, weil es im Markt halt keinen anderen Abnehmer gibt, der dafür mehr bezahlt. Und jetzt haben wir ja gesehen, dass der Bitcoin-Mining helfen kann bei diesen ganzen Themen. Wie einfach ist es denn, also in Theorien klingt es super genial. Es klingt für mich als wie die große Lösung für alle Probleme. Wie einfach ist es denn umzusetzen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Energieunternehmen bin? Ist es wirklich so, ich schnalle da jetzt einfach den Container mit meinen Mining-Geräten dran und gut ist? Oder ist es alles viel komplexer? Gibt da Regulationen dazu, die reinkommen? Woran hängt das Ganze dann? Ja, in der Theorie ist es so einfach. Also in der Theorie kann ich sagen, ich mache einen Container, mache da ordentlich Verbraucher rein, schließe den an und dann kann ich Energie nutzen oder auch nicht. Technisch ist das wahrscheinlich auch komplex. Das kann ich aber auch gar nicht genau sagen. Ich habe es ja noch nie gemacht, was für technische Komplexitäten sich dann ergeben, wenn man das macht. Aber aus meiner Sicht ist halt die Regulation das viel größere Problem. Also bis ich es in Deutschland schaffe, die Wirtschaftlichkeit lassen wir mal außer Betracht, aber bis man das schafft, ein Verbraucher, der sagt, ich bin Bitcoin-Miner im Netz anzuschließen, da vergeht, glaube ich, ziemlich viel Zeit. Anders ist das in deutlich deregulierteren Regionen dieser Welt. Also wenn man sich zum Beispiel nach Texas umguckt, da sind ja die meisten größten Bitcoin-Miner angesiedelt, weil es eben nicht diese Regulationsschwierigkeiten gibt. Und dort fungieren die ja auch schon als Netzausgleich. Also meine große Mining-Firmen sind daran interessiert, günstig Energie zu beziehen. Und das macht man in der Regel so, dass man sich auf sehr lange Zeit Energie einkauft. Und sobald halt der Marktpreis, weil viel Bedarf im Netz so hoch steigt, dass es sich für den Miner mehr lohnt, die Energie wieder zu verkaufen, statt damit Mining zu betreiben mit der Megawattstunde, wird er das auch tun. Und das ist halt ein ganz natürlicher Marktmechanismus, der entsteht, wenn alle Leute profitorientiert im Energiemarkt arbeiten. Aber das ist halt bei uns nicht so. Also wir haben halt bei uns eine Menge an Regulationen, wir haben eine Menge an Kosten, unabhängig von den Elektrizitätskosten, zum Beispiel Steuern, Abgaben, was auch immer. Und das Ganze in Deutschland zum Beispiel aufzusetzen und zu integrieren, scheitert momentan daran so ein bisschen. Ist es dann nur die Regulatorik, die natürlich den Rahmen spannt? Oder sind es auch die Energieunternehmen selbst, die da ein bisschen reserviert sind und sagen, naja, am Horizont sind ja schon bessere Batterien, größere Batterien, Wasserstoff, Speicher, in welcher Form auch immer, die anderen Punkte, die du angesprochen hast. Weil wenn die Unternehmen den Mehrwert des Bitcoin-Mining erkennen würden, würden die ja auch entsprechend auf die Politiker in Berlin jetzt in unserem Fall zugehen und sagen, hey, schafft mal Rahmenbedingungen, dass wir das auch sinnvoll implementieren können. Ja, also da müssen wir auch nochmal trennen. In Deutschland speziell ist es ja so, dass wir auch eine Regulation haben, die dafür sorgt, dass ein Erzeuger von Strom nicht gleichzeitig auch Stromlieferant sein kann. Also kannst nicht gleichzeitig Strom erzeugen mit einer Firma und die gleiche Firma darf Strom leiten oder Netzbetreiber sein. Und die Netzbetreiber sind die Entitäten, die dafür sorgen müssen, dass die Frequenz bei 50 Hertz bleibt, um den Bogen zu spannen und eben für den Netzausgleich zu sorgen und dafür zu sagen, dass die Infrastruktur stabil ist. Die haben aber keine wirtschaftlichen Anreize, weil sie komplett vom deutschen Staat halt dazu, das ist deren Aufgabe und wie viel Geld die dafür brauchen, ist zweitrangig. Für was ich in Deutschland Strom verbrauche, ist meiner Meinung nach, oder es gibt glaube ich keine Regulation, die sagt, du darfst Strom nicht für X und Y verwenden. Also wenn ich zu Hause meinen will, kann ich das auch machen, vom energiewirtschaftlichen Standpunkt her. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Worauf wollten wir hinaus? Ob nicht die auch die Energieunternehmer, die Erzeuger, aber da hast du jetzt schon schön differenziert, gegebenenfalls auf die Politik zugehen müssten und sagen müssten, spannt mal einen regulatorischen Rahmen, der funktioniert. Ach so, ja genau. Also was funktionieren könnte, um den Punkt aufzugreifen, ist, dass die Netzbetreiber eben sagen, pass auf, wir geben Geld aus, damit das Netz stabil bleibt. Das kostet uns XY und die vier, die es in Deutschland gibt, die konkurrieren da auch so ein bisschen untereinander. Die haben da strikte Rahmenbedingungen, wie viel Geld sie für was aufgeben können und zum Beispiel, ja, wir haben mehrere Gigawattstunden in Deutschland an Strom abgeregelt von Solar- und Windparks, weil die Nachfrage nicht im Netz war und der Netzbetreiber hat halt gesagt, pass auf, wir können den Strom gerade nicht gebrauchen, ihr dürft nicht einspeisen. Und für jede Kilowattstunde, Megawattstunde, die eben nicht eingespeist wurde, wurden diese Erzeuger trotzdem vergütet, als hätten sie ihn eingespeist. Ja, also da wird Geld geschaffen, um diese Erzeuger eben zu kompensieren oder denen das zu erstatten. Und das verbuchen dann Netzbetreiber als netzdienliche Betriebsmittel zum Beispiel. Indem sie sagen, das sind unsere Kosten, damit das Netz stabil bleibt, das ist ein Faktor. So, wenn man jetzt aber hingeht und sagt, wir haben hier eine Möglichkeit, kostengünstiger dafür zu sorgen, dass der Strom irgendwo hin kann und verbraucht werden kann, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, um so ein bisschen das Umdenken anzuschmeißen. Ja, dass man dafür sorgt, dass das vielleicht auch, dass das Interesse in der Industrie wächst. Weil das Problem ist eben, dass die Energiewirtschaft sehr, sehr konservativ ist. So, das muss funktionieren. Und da hat man nicht gerne, wenn da Leute dazwischen funken und irgendwelchen Innovationen vorbeikommen. Sondern das muss funktionieren so. Und da gibt es dann irgendeine Pilotprojekte und dann hat man vielleicht die Möglichkeit darüber, wenn man die Theorie sozusagen beweist, dieses Umdenken zu schaffen und auch Regulation zu ändern. Aber Batterie, Wasserstoff, das sind die Themen, die gerade in Deutschland regieren und von Bitcoin-Mining spricht ja keiner. Also es ist so. Und wir sind halt meilenweit von einem Punkt entfernt, an dem Bitcoin-Mining auch nur eine geringe Rolle spielt. Weil wir haben halt ein riesig großes, ausgebautes Netz. Da sind Gigawatt an Leistung zu jedem Zeitpunkt unterwegs im Netz. Und bis Bitcoin-Mining an einem Punkt ist, auf der Skala sozusagen, dass man da auch irgendwie einen Unterschied mitmachen kann. Wie gesagt, da sind wir sehr, sehr weit von entfernt. Aber wie einfach ist es einzubinden? Technisch relativ einfach, würde ich sagen. Aber das Problem ist eben die Regulation und wie komme ich darum, dass es sich auch lohnt. Es muss am Ende sich wirtschaftlich halt lohnen, weil Bitcoin-Mining ein globales, hoch umworbenes Business ist. Und da gibt es eben nicht dann darum, dass ich irgendwie einen guten Zweck habe oder so. Am Ende muss sich Mining lohnen. Und wenn ich zu viel für den Strom bezahle, was ich in Deutschland und in Europa halt tue, wenn ich hinter einem Zähler bin und alle möglichen Abgaben, was auch immer, zahle, dann ist es halt schwierig. Ich hätte noch eine Frage, wenn ich nochmal anschließen darf. Diese Kompensation, von der du gerade gesprochen hast, ist die exakt gleich hoch, wie wenn der Strom verkauft werden würde? Also ich meine ja. Also es gibt keinen wirtschaftlichen Anreiz dann zu sagen, ist jetzt ein bisschen doof für uns, dass die Windräder stehen. Weil letztlich wird das gleiche Geld verdient. Also das ist jetzt eine These von mir. Ich habe das nicht recherchiert. Gerne mir schreiben, wenn ich absoluten Bullshit erzähle. Aber meiner Meinung nach ist es so. Ja, also wenn ich einen Solarpark habe und ich werde eben fremdbestimmt vom Netzbeträger abgeriegelt, weil der mir sagt, automatisiert natürlich, der schickt mir keine Post. Automatisiert sagt er mir, ey, geht nicht, weil Frequenz ist zu hoch. Dann kriege ich die Kilowattstunden, die ich theoretisch hätte erzeugt, erzeugt hätte, die kriege ich erstattet, ja. Und ich kriege sogar noch was obendrauf, wenn ich einen Batteriespeicher habe vor Ort, der rein wirtschaftlich ohne Subvention komplett unwirtschaftlich wäre und sich nur mit Subventionen lohnt. Und ich kriege sogar pro Kilowattstunde, die ich vergütet bekomme vom Netzbetreiber, etwas obendrauf, wenn ich eine Batterieinvestition getätigt habe. Ich möchte einen Schritt zurückgehen, weil du gemeint hattest, was passieren muss, dass eben Energieerzeuger dieses Thema Bitcoin-Mining auch wirklich auf den Schirm bekommen. Was ich immer, welche Frage ich mir immer stelle, aus deiner Sicht, müssen die Energieerzeuger überhaupt erstmal auch verstehen, welchen Wert Bitcoin hat oder dass sie überhaupt sehen, dass Bitcoin einen Wert hat, um das Ganze umzusetzen? Oder wäre es denen nachher völlig egal, was sie dafür bekommen, wenn sie sehen, okay, ich schalte da jetzt ein Gerät hin, der Jesse kommt zu mir, der stellt einen Container hin, sagt mir, ey, du verdienst am Ende des Monats mehr Geld als derzeit und denen ist es relativ egal, ob da jetzt Bitcoin rauskommt, weil sie nachher sagen, okay, du wandelst automatisch die Bitcoin um in US-Dollar und hier hast du deinen Plus. Meiner Meinung nach ja. Also, wenn wir jetzt mal die wirtschaftliche Komponente von Bitcoin-Mining rauslassen und sagen, keine Ahnung, ich kann dir jede Kilowattstunde, die du mir gibst, gebe ich dir drei Cent für. Da muss man halt zu den Erzeugern gehen. In der Theorie, nochmal, wenn ich Windkraftbetreiber bin und ich kann nichts erzeugen, dann gehe ich halt mit dem Strom an den Bitcoin rein, theoretisch. Aber da gibt es halt diverse Regulatoriken, die mir das nicht möglich machen. Aber in der Industrie, ja. Also, du kannst natürlich einfach hingehen und sagen, ey, das ist eine Blackbox. Was da drinne passiert, erkläre ich dir gerne, wenn du es möchtest. Aber am Ende des Tages gebe ich dir für jede Energieeinheit, die du mir lieferst, Preis X. Und wenn wir da zu einem Agreement kommen, super. Und was ich damit mache, kann ich dir gerne ausführen. Aber wenn nicht, dann halt nicht. Ich würde gerne in ein anderes Thema überleiten. Und zwar, wie Bitcoin in Entwicklungsländern oder Ländern, wo es eben noch kein erschlossenes Energienetz gibt, helfen könnte, dieses aufzubauen. Ich umreiße es mal kurz, soweit ich es aktuell verstanden habe. Weil ich finde es einfach, ich finde es unfassbar faszinierend. Und ich verstehe nicht, wieso das nicht irgendwie gang und gäbe ist. Theoretisch wäre es ja möglich, dass man beispielsweise an einen Wasserfall geht, irgendwo am entlegenesten Ort der Welt. Es lohnt sich verständlicherweise nicht, dort ein Wasserkraftwerk hinzubauen. Weil, wie du gemeint hast, eingangs, der Strom muss ja irgendwie von A nach B. Und über größere Distanzen hat man gegebenenfalls Verluste. Also aus wirtschaftlicher Sicht erstmal nachvollziehbar, dass kein Kraftwerk sich da hinsetzt und Strom für niemand erzeugt. Da könnte jetzt Bitcoin ins Spiel kommen, weil du ja im Endeffekt, wenn wir Speichertechnologien mal ausklammern, kannst du gerne noch was zu sagen, ob sich das lohnt aus wirtschaftlicher Sicht, weil die ja auch gewisse Kosten verursachen. Da könnte jetzt ja Bitcoin ins Spiel kommen, in dem eben ein Mining-Unternehmen sagt, lieber Kraftwerkbetreiber, wir stellen euch Miner hin und ihr seid praktisch ab Tag 1 rentabel. Ihr könnt Geld verdienen, auch wenn erstmal noch kein Abnehmer da ist. Wenn jetzt Verbraucher hinzukommen, von irgendjemand, ich sage es mal vereinfacht, müssen die Miner ja gewartet werden. Das heißt, irgendwo müssen die auch wohnen, schlafen und so, siedeln sich in der Theorie oder könnten sich in der Theorie immer mehr Leute ansiedeln und so peu a peu auch auf Verbraucherseite eben Strom nachfragen. Und du hast ja gesagt, die Miner zahlen immer weniger, wenn ich dich richtig verstanden habe, um international konkurrenzfähig zu sein oder müssen weniger zahlen. Dementsprechend könnten ja die Verbraucher sukzessive die Miner verdrängen und so in der kurzen und stark vereinfachten Form eben dafür sorgen, dass ein Kraftwerk geschaffen ist, zu Beginn subventioniert durch die Miner, dann siedeln sich Menschen an und die Miner werden eben peu a peu verdrängt. Und so ist dann Infrastruktur geschaffen in einem Gebiet, wo zuvor keine Infrastruktur war, kein Leben war. Ja, absolut. Also das ist halt etwas, wo sich Bitcoin-Mining wieder, dieses Thema der fehlenden Infrastruktur, die nicht oder die benötigt ist. Man braucht keine Infrastruktur, um zu minen. Vielleicht nochmal einen Schritt rausgesoomt. Wenn man sich anguckt, wo große Städte angesiedelt sind, dann sind die immer meistens am Wasser angebunden. Also irgendein Fluss oder irgendein See oder irgendein Meer ist in der Nähe von jeder großen Stadt. Es gibt, glaube ich, keine große Stadt. Vielleicht sollte ich es Ihnen nicht sagen. Aber ich sage mal, die meisten Städte sind angesiedelt an irgendeinem Fluss oder Meer. Warum ist das so? Weil man sich historisch gesehen da Windenergie in Form von Booten zum Beispiel zunutze machen konnte, weil man Krankheiten verdrängen konnte durch fließend Wasser und all solche Geschichten. Und das hat ja auch wieder was mit Energie zu tun. Also die Menschen haben sich immer da angesiedelt, wo sie sich Energie zunutze machen konnten. Und das ist eigentlich was ganz Besonderes. Wie gesagt, da geht es dann um Handel und um Schifffahrt und so weiter. Ich bin aus Hamburg, deswegen erwähne ich das immer ganz gerne. Und Bitcoin Mining ist jetzt, wenn man eine Analogie aufmachen will, auch in dem Bereich unterwegs, weil man eben sagt, und die Idee kommt, glaube ich, von dem Brandon Quittum, heißt der, glaube ich. Der hat dazu ein Artikel mal geschrieben. Bitcoin als Ankerlast sozusagen. Ja, also ich habe eine Energiequelle irgendwo und die lohnt es sich jetzt halt nicht zu nutzen, weil da ist nichts drumherum. Aber Menschen siedeln sich immer dahin, wo die Energie vorhanden ist. Und jetzt kann ich halt, und es gibt ein ganz bekanntes Beispiel, im Virunga Nationalpark in Afrika gibt es halt ein Projekt, ein Wasserkraftwerk. Ich glaube, das hat um die 20 Megawatt, das ist ein EU-gestütztes Projekt, bei der eben gemeint wird. So, und von Woche eins wird ein Cashflow erzeugt, was eigentlich für solche Projekte komplett unbetrachtet ist. Also es gibt es eigentlich nicht, dass diese Projekte von Woche eins Gewinne oder ein Cashflow abwerfen. Erträge, nicht Gewinne, sorry. Sondern es ist eigentlich in der Regel so, da wird groß investiert und nach 20 Jahren lohnt sich das. So, da aber nicht. Seit Woche eins wird da irgendwie Bitcoin gemeint und gekauft. Und der Minimumpreis, der da gezahlt wird, ist halt nicht null, sondern, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf Cent, weiß ich nicht genau. Und wie du richtig sagst, ist das halt in der Mitte von einem Nationalpark. Und da arbeiten halt Leute und beschützen vor dem Aussterben bedrohte Gorillas, glaube ich, zum Beispiel. Und die haben halt keinen Zugang zu Strom, sondern da wird ordentlich Biomasse abgeholzt, um Energie zu gewinnen und Wärme zu erzeugen, zum Beispiel. Und jetzt wird eben noch zusätzlich zu dem Wasserkraftwerk ein Netz gebaut, was auch nochmal ordentlich Geld kostet, besonders wenn man es irgendwo in den Dschungel baut. Und das Besondere ist hier halt, dass Bitcoin, wie gesagt, diesem Projekt von Tag eins sozusagen einen Cashflow liefert, über den man dann auch diesen Infrastrukturausbau finanzieren kann. Also es lohnt sich nicht erst in 20 Jahren und ist abhängig von Gebern aus, wo auch immer, sondern man hat direkte Erträge. Und das Besondere ist jetzt halt, sobald ein Verbraucher im Netz angeschlossen wird, wenn man sagt, der Strom kostet 10 Cent, ja, dann kann sich die Kilowattstunde, die in dem Netz verbraucht wird, der Bitcoin-Miner nicht mehr leisten. Und es findet so ein schleichender Übergang statt, der immer weiter Bitcoin-Mining verdrängt und immer weiter die Energie von diesem Wasserkraftwerk ins Netz leitet und den Strom eben woanders verbrauchen lässt. So, und das ist halt Bitcoin als Ankerloat sozusagen. Man hat irgendwo eine Energiequelle, die bindet man an, man erzeugt erstmal Bitcoin. So, und darüber hat man die Möglichkeit, Erträge zu erwirtschaften, Infrastruktur aufzubauen. Und so funktioniert das eben auch mit diesem Geothermie-Kraftwerk in El Salvador in der Theorie. Ich weiß nicht genau, wie weit die da sind. Aber das ist halt ein Geothermie-Kraftwerk, was, glaube ich, relativ abgelegen ist. Und auf einmal hat man halt Arbeiter, die in dem Kraftwerk arbeiten, sich drumherum ansiedeln. So, und genau, dann passiert halt was. Und das ist halt was ganz Besonderes, weil es bisher halt immer so gewesen ist, dass diese riesigen Projekte, ja, finanziert werden müssen mit großen Subventionen. Und eigentlich schreibt man die auch ab. Also, keiner, der, ich glaube, in Kamerun ist das, ein Wasserkraftwerk finanziert, rechnet damit, dass er irgendwie wieder ein Investment rausmacht. Ja, also, ich glaube, das sind einfach, es gibt auch keine Privaten, die sowas finanzieren, sondern es sind immer EU-Gelder oder so. Ja, ich finde das, wir hatten es auch geschrieben, gehabt vorher, ich finde dieses, wie der Manuel auch gemeint hat, diese Theorie oder diese, es ist ja keine Theorie mehr, es funktioniert ja auch in der Praxis schon. Es ist verrückt, dass sowas funktioniert. Und das ist auch das erste Mal jetzt mit Bitcoin-Mining diese Möglichkeit entsteht. Und das Einzige, was ich noch da dabei habe, und ich habe auch, wir haben ja klar nicht über den Podcast gleich gesprochen, den man auch empfehlen kann, Power und Bitcoin. Da hast du ja auch so mehrmals über dieses Thema gesprochen. Sehr, sehr zu empfehlen. Definitiv. Ich hoffe, du führst sie noch weiter. Und die Frage ist, weil du gemeint hattest, wer das Ganze denn fördert. Und du hast ja gerade gemeint, dass es zum Beispiel die EU das Ganze macht. Und ob denn nachher dann wirklich wieder nur, ja, wirklich die Menschen vor Ort, die Bevölkerung davon profitiert, oder es nachher wieder Probleme geben kann, dass zum Beispiel, naja, sagen wir so, die korrupte Regierung, irgendwelche Unternehmen vor Ort, dass die nachher wieder davon profitieren, weil sie das Bitcoin-Mining unter ihre Fittichen nehmen und die Bevölkerung selbst aber davon gar nichts hat dann. Also das war für mich so ein Gedanke, den ich dann im Hinterkopf hatte bei dieser Theorie. Also wie genau die Zusammenhängen da sind, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es einen Herrn Guspi-Yu gibt, das ist ein Franzose, der betreibt ein Bitcoin-Mining-Unternehmen und der meint da eben vor Ort mit diesem Projekt. Und am Ende des, also wenn man sich es auf Papier anguckt, ist es halt so, dass die Leute, die dann auf einmal Zugang haben zu Strom, weil sich die Infrastruktur eben auf einmal lohnt, die profitieren halt am meisten davon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das dann auch geschützt ist, irgendwie wenn die EU da Geldgeber ist, dass man da nicht irgendwie die Bitcoin-Miner irgendwie von der Regierung einkassiert oder so. Da bin ich mich schon ziemlich sicher. Aber wie da genau die Zusammenhänge sind, das weiß ich nicht. So, aber am Ende des Tages haben Leute Strom vielleicht, die vorher gar keinen hatten. Und das ist erstmal eine gute Sache. Dazu muss aber gesagt sein, also mir fallen jetzt auch akut keine anderen Projekte ein, in Afrika, wo ein ähnliches Prinzip herrscht. Das ist halt das Einzige, was mir einfällt, was relativ schade ist. Aber wie gesagt, wenn es sich durchsetzt und immer weiter größt wächst und immer mehr Menschen erkennen, den Wert, den Bitcoin hat und was man damit machen kann, dann können die Türen ja nur offener werden sozusagen. Ja, wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass niemand den, oder die wenigsten aktuell den Mehrwert erkennen. Und wenn du halt kein, wenn du Bitcoin keinen Wert beimisst, dann gibt man natürlich keine Energie für aus. Und als Kraftwerkbetreiber will man ja keine, also kommt man nicht mit dem Argument irgendwo an einen entlegenen Ort, ich kann ja Bitcoin meinen, wenn der Miner für mich eben letztlich wertlose Produkte, sprich Bitcoin kreiert. Auf der anderen Seite kannst du ja auch hingehen und sagen, ist ja alles letztlich dem Kraftwerkbetreiber vollkommen egal. Man müsste ihm ja nur sagen, hey, hier gibt es eine Möglichkeit, dich von Tag 1 zu subventionieren, in welcher Währung auch immer, ist ihm ja wieder vollkommen egal. Also vielleicht fehlt es da einfach nur ein bisschen an Aufklärung. Ganz genau. Also das Prinzip muss halt sein, und da bin ich jetzt relativ praktisch, auch auf jemanden gestoßen, der das genauso sieht und ein Wasserkraftwerk betreibt. Der hat ja gesagt, yes, ich habe hier, wenn der Fluss Wasser hat, 350 Kilowatt über an Strom. Und was mache ich damit? Den kann ich halt irgendwo verwenden. Und dann sage ich halt, ja gut, Bitcoin Mining. Wenn man einen Verbraucher hat, der zu jedem Zeitpunkt verfügbar sein kann, der dir immer Strom abnimmt, egal wie viel du ihn gibst und wann, warum nicht? Dann hebe ich halt diesen Level an, von 0 Cent auf Preissum. Und das ist halt ein relativer No-Brainer, wenn du mit Erzeugern sprichst, die keine andere Option haben. Ich würde eine Frage zurückgehen, weil du gemeint hattest, also das eine, was du jetzt gerade gesagt hättest, war ja der Punkt eben, dass du immer einen Abnehmer hast, sofort, an jedem Ort, und vor allem auch relativ einfach das ganze Thema. Und das kann natürlich dann an diesen abgelegenen Orten dazu führen, dass man eben diese Infrastruktur aufbauen kann. Also ich kann dann das Netz ausbauen, ich kann den Menschen den Strom bis an die Haustür bringen, in die Häuser, in die Wohnungen. Wir in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, ich meine, wir alle haben hoffentlich derzeit noch alle Strom, wir sitzen zu Hause, wir machen das Licht an und alles läuft dann meistens. Welche Auswirkungen hat denn der Grad dieser Elektrifizierung denn für ein Land, für die Bevölkerung? Kann man das irgendwie bemessen? Welche Auswirkungen hat das auch für so einen Lebensstandard? Absolut. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Danke für die Frage. Ich, wie gesagt, ich habe die letzten vier, fünf Jahre damit verbracht, Leuten in Mali Strom zu verkaufen und Stromanlagen zu betreiben, die vorher vielleicht gar keinen Strom hatten oder einen Dieselgenerator hatten, der am Tag zwei Stunden läuft. Strom ist die Grundlage für alles. Ohne Strom funktioniert gar nichts in unserer modernen Welt. Und das sieht man relativ schön, wenn ich habe jetzt den Vergleich, Deutschland, super ausgebautes Stromnetz, eigentlich redet man von Blackouts gar nicht, der Strom fällt nie aus. So, dann der nächste Schritt runter ist in einem Land wie Südafrika. Da kriegst du eine App aufs Telefon und mit der sagt dir dann der Netzbetreiber, wann der Strom nicht da ist. So, also es wird genau gesagt, zu diesen und diesen Zeitpunkten schalten wir bei dir in der Nachbarschaft den Strom ab, weil wir haben nicht genug Erzeugung. Und da hast du ein Land wie Mali, wo die Leute halt gar keinen Strom haben, wenn sie nicht gerade in der Hauptstadt wohnen oder in den entlegenen Gebieten. Und welchen Unterschied Strom macht für uns hier, also ich sage jetzt nochmal an den drei Beispielen, wenn man in Deutschland das mal erfahren möchte, ist das ganz einfach. Da geht man zu sich in der Wohnung, an den Sicherungskasten und macht mal die Sicherung raus für den Tag und guckt mal, wie angewiesen man ist auf Strom, weil das schleicht sich, es schleicht sich ein ins Unterbewusstsein und ich habe, ich glaube einmal in meinem Leben für zwei Tage keinen Strom gehabt und das ist nicht cool. Also es macht gar keinen Spaß. Du kannst dir keinen Tee machen, der Kühlschrank ist aus, dein Essen verfault, um vier ist es dunkel im Winter, ich habe mit der Kohle auf dem Balkon irgendwie heißes Wasser gemacht. So, ich habe mich gefühlt wie, das ist Katastrophe. Dann hast du ein Land wie Südafrika, was sehr stark darunter leidet, dass eben die komplett verstaatlichte Energieinfrastruktur und der Energieerzeuger ist alles in einer Hand. Eskom ist auch ein weltbekanntes Phänomen. Für ein Land wie Südafrika, was halt nur mal ein Schwellenland ist, wo ja viel auch passiert, ist es halt so, dass die Leute da richtig darunter leiden. Vor allen Dingen, nicht so sehr im privaten Bereich, weil da findet man irgendwie immer eine Lösung und Leute sind erfinderisch. Aber in der Wirtschaft ist es halt ein riesiges Problem. Wenn ich irgendwie ein Unternehmen habe und ich bin Metallarbeiter oder ich habe eine Firma und will irgendwas produzieren und ich habe laufende Stromausfälle, dann kannst du so keine Wirtschaft aufbauen. Also ich habe mir zum Beispiel hier einen Schreibtisch machen lassen und will Metallbeine haben. Und sage ich, wann sind die denn fertig? Ja, wissen wir nicht, weil wir können nicht wissen, wann der Strom an und wieder ausgeht. Und das ist halt ein kleines Beispiel. Wenn man das alles zusammennimmt, kannst du halt so keine stabile Wirtschaft aufbauen. Oder Leute, die sagen, irgendwie meine Öfen sind kaputt gegangen und ich weiß nicht genau, wann ich zum Markt gehen kann, weil ich kann meine Brötchen nicht backen. Also Strom ist die Grundlage für wirklich alles in unserem modernen Leben. Die Umwandlung von Energieträgern in Strom ist absolut wichtig für die heutige Gesellschaft. Und wenn man nach Mali guckt, als drittes Beispiel, ist es halt so, wenn ich in ein Dorf fahre, wo vorher kein Strom war und ich fahre ein Jahr später wieder hin, nachdem die Leute da 18 Stunden Minimum am Tag durchgängig Zugang haben zu Elektrizität, dann sind da auf einmal Straßenlampen installiert. Man hat einen Friseur, der irgendwie ein Radio anhat und eine Leuchtreklame. Man hat ein Internetcafé. Die Straße ist belebt. Sie war vorher vielleicht um 6 Uhr komplett ausgestorben, auch weil man eben sagt, ey, die Kriminalitätsrate steigt und es ist nicht so sicher. Und dann ist da auf einmal blühendes Leben. Die Leute sind unterwegs und machen was. Und da hast irgendwie drei Schweißer an der Hauptstraße, die dafür sorgen, dass Leute, die kaputte Autos haben. Also es passiert halt extrem viel, wenn diese Grundlage geschaffen ist. Ja, also stabile Wirtschaft, weniger Kriminalität, die Lebensqualität steigt massiv. Genau. Und wie gesagt, nochmal Strom, Grundlage für alles. Wer Lust hat und sich traut, der schaltet mal bei sich die Sicherung aus für den Tag und guckt mal, wie tief das schon ins alltägliche Leben sich eingearbeitet hat, dass man immer Zugang hat zu Strom und sein Leben auch komplett danach ausrichtet? Also den ganzen Tag würde ich mir ehrlicherweise gar nicht zutrauen. Ich hatte innerhalb des letzten Jahres, ich meine, einen Stromausfall von ungefähr 20 Minuten und das war schon Wahnsinn. Ich meine, das Internet ist weg, Lichter gehen aus. Wenn Winter ist, ist es dunkel, wie du gesagt hast. Klar, man hat noch den Luxus, dass Notebook und Handyakkus geladen sind. Aber wenn das größer ist, was nützt einem ein Gerät wie ein Laptop oder ein Mobiltelefon ohne Sendemast oder ohne Internet? Also dann, klar hat man, ich wollte gerade sagen, klar hat man gegebenenfalls ein paar Filme auf der Festplatte, aber wer hat heute noch Filme auf der Festplatte? Man kann nichts abrufen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, 20 Minuten haben mir gezeigt, okay, die Abhängigkeit von Strom ist schon wirklich enorm und den Mehrwert, den Strom bietet, den du gerade schön dargestellt hast, steht für mich außer Frage. Als abschließende Frage im Hinblick auf die Zeit und Deine Einschätzung dazu, wie kann Bitcoin oder kann Bitcoin in Deutschland helfen, die Energiewende zu fördern? In der Theorie ja, aber wie realistisch ist es? Es ist leider, und ich mag nicht gerne Pessimist sein, in Europa und in Deutschland sehr unwahrscheinlich, dass Bitcoin in der nahen oder mittelfristigen Zukunft irgendeinen Faktor spielt. dafür sind halt einfach die wirtschaftlichen Gegebenheiten anderswo auf der Welt. Es geht gar nicht so sehr darum, dass sie in Deutschland besonders schlecht sind oder in Europa, sondern es geht einfach darum, dass sie in anderen Teilen der Welt, und es ist halt ein globales Business, viel, viel besser sind. Das ist, glaube ich, der Punkt. In der Theorie sorgt Bitcoin-Mining dafür, dass der Minimumpreis für jede erzeugte Kilowattstunde Strom steigt von 0 auf X, weil ich immer ortsunabhängig, zeitunabhängig Bitcoin-Mining betreiben kann, wenn der Strom nicht an woanders hinführt. Und das ist ein gravierender Unterschied in der Art und Weise, wie Energiesysteme auch funktionieren. Es gibt Szenarios, da zahlen wir Nachbarländer in Deutschland dafür, dass sie unseren Strom abnehmen, weil er irgendwo hin muss. Und wie gesagt, da findet halt ein kompletter Umbruch statt, wenn es wirklich flächenübergreifend eingesetzt würde. So muss man aber sagen, wir haben, keine Ahnung, alle Smartphones auf unseren Tischen legen und wenn wir vor 30 Jahren Leuten das erzählt hätten, hätten gedacht, wir haben einen an der Klatsche und das ist Magie. Und vielleicht ist es hier auch so. In 30 Jahren ist es vielleicht mega ausgebaut und es ist komplett obvious, warum man das macht. Und am Ende ist jeder irgendwie ein ökonomischer Actor im gesamtwirtschaftlichen Kontext und muss zusehen, dass er so rational wie möglich da rangeht. Aber wie gesagt, aktuell spielt es keine große Rolle. Genau. Und was muss passieren, damit sich das vielleicht ändert? Bildung, ganz groß. Also ich glaube halt, jeder nicht, ich glaube, die wenigsten steigen mit Bitcoin Mining ein. Die meisten hören sich einen Podcast an, so wie euren, der irgendwie als Anker fungiert, um Bitcoin zu verstehen. So die wenigsten fangen an mit Bitcoin Mining und was ist ein Hash und was ist eine Luftkühlung und Immersion Cooling, das macht ja keiner. So und je mehr Leute den Sinn und Zweck von Bitcoin verstehen, je mehr Leute sich dafür interessieren, desto mehr Leute gibt es dann in Zukunft, die sich vielleicht auch mit Mining beschäftigen. Je jünger Entscheidungsträger in einer sehr konservativen Branche werden, desto mehr Möglichkeiten gibt es vielleicht auch, Leute mit diesem Wissen in entscheidende Positionen zu hieven. Also ich glaube, es braucht einfach noch Zeit und ich glaube, dass der Clou von Satoshi, den er in Bitcoin eingebaut hat, dass alle vier Jahre ein Halving stattfindet, plus minus und dadurch das Angebot immer weiter verknappt wird und das zu einem FOMO-Effekt führt sozusagen. Ich glaube, der funktioniert und der führt auch dazu, dass sich immer mehr Leute für Bitcoin-Mining interessieren und was das Ganze überhaupt ist und dann auch immer mehr Leute diesen Vorteil erkennen. Ja, also ich kann Energie, um das vielleicht abschließend nochmal zu wiederholen, nutzen, die ich vorher nicht hätte, nicht habe nutzen können und kann damit einen Wert erzeugen, für den jemand anders mir Geld bezahlt oder mir 21 Benahmen bei Pick & Pay verkauft. Ja, genau und am Ende ist es glaube ich, wie selbst bei Bitcoin auch, die makroökonomischen Faktoren, mit denen wir aktuell zu kämpfen haben, die Leute nicht nur zu Bitcoin treiben, sondern auch zu Bitcoin-Mining und dadurch wird die Bildung steigen, dadurch wird die Anzahl an Menschen steigen, die das verstanden haben, die es ja vielleicht auch an andere Leute herantragen, die Netzwerke, die es bereits gibt, vielleicht von Energieerzeugern, die alle, es gibt ja also dieses Problem, ich habe Strom, ich habe Energie, die ich nicht nutzen kann, davon gibt es sehr, sehr viel, besonders in abgelegenen Gebieten und das ist vielleicht auch noch eine Chance, wie gesagt, ganz großer Umbruch, welchen Effekt kann es haben, um vielleicht noch ein kleines Fässchen mit Blick auf die Zeit aufzumachen, in welchem Szenario macht es Sinn, dass zum Beispiel ein Land wie Nigeria der größte oder der vom Volumen her größte Exporteur von Rohöl ist auf dem afrikanischen Kontinent, aber jedes Petroleumprodukt selber importieren muss und dafür mega viel Kohle zahlt, also es macht einfach keinen Sinn und das sind einfach Sachen, Dinge am Lau, also die Dinge haben einen Effekt in unserem Geldsystem, die rational auf dem Papier keinen Sinn machen und wenn Menschen und wenn Länder erkennen, ey, ich kann diese riesige Energiequelle in meinem Land jetzt auf einmal nutzen und kann die anbinden und damit einen Wert kreieren, nochmal Theorie, ja, wer weiß, wo Bitcoin hingeht, wie viel Wert Bitcoin hat, was auch immer es ist, aber in der Theorie mindestens sehr, sehr interessant, sich das anzugucken, dass auf einmal Länder, die vorher abhängig sind, um irgendwie ihre Spurade oder ihre spröde Infrastruktur aufrecht zu erhalten, auf einmal eine Möglichkeit haben, komplett ohne Einfluss von Dritten dafür zu sorgen, dass man Energiequellen, die lokal vorhanden sind, zum ersten Mal nutzt und ich glaube, dass das einfach ein riesiger Umbruch ist, nicht nur für die Energiewirtschaft, sondern für ganz viele andere Effekte, ja, aber ich hoffe, ich habe gerade am Anfang, es ist wie gesagt relativ schwer, wie funktioniert das Energiesystem, da kann ich einen Tag drüber reden und es ist nicht immer einfach, dass das stringent in logische Sätze sozusagen hintereinander zu rein, aber ich bin ganz dankbar, dass ihr das erfolgreich zusammengefasst habt, was ich gesagt habe und ich hoffe, es ist klar geworden, wenn nicht, wie gesagt, Telegram könnt ihr mir schreiben oder Twitter, was auch immer, jesse-h-o-d-l und dann stelle ich auch gerne nochmal meine Aussagen klar, wenn es an der einen oder anderen Stelle nicht wirklich Sinn ergeben hat. Wir werden auf jeden Fall auch alles verlinken, auch die ganzen Artikel, die du jetzt auch wie erwähnt hatten, ich glaube, wenn man es auch dann lesen kann, ist es nochmal was anderes, weil du es einfach auch anders erklären kannst, vielleicht auch ein bisschen strukturierter und wie du gesagt hast, man kann dich ja auch kontaktieren und ich denke, wer da mehr erfahren möchte, findet auf jeden Fall im Netz genug Quellen schon und ich glaube, das ist ein ultra spannendes Thema, da kann man sich wirklich auch stundenlang damit beschäftigen und tiefer reinfallen nochmal und ich würde aber sagen, wir haben, glaube ich, einen ganz guten Überblick geschaffen, Energiesysteme, wie Bitcoin da reinspielen kann, was Bitcoin als neuer Baustein da auch tun kann, auch gerade in Entwicklungsländern und deswegen würde ich sagen, Jesse, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für die tollen Erklärungen, es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass unsere Hörer und Hörerinnen da einiges mitgenommen haben. Danke euch, hat mega Spaß gemacht, auf jeden Fall. Auch von meiner Seite war großartig, viel gelernt, viel mitgenommen, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal und dir noch einen schönen Abend. Jo, haut rein, Jungs, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Und nun hoffen wir wie immer, dass euch auch diese Folge mit Jesse gefallen hat und ihr einiges über die Funktionsweise unseres Energienetzes mitnehmen konntet. Wir haben gesehen, wie komplex dieses System aufgebaut ist, welche Bausteine dazugehören und wieso gerade Bitcoin durch das Bitcoin-Mining eine neue, bisher nie dagewesene Seite mit sich bringt. Insbesondere deswegen, weil Bitcoin-Mining dauerhaft als Abnehmer von Strom dienen kann, ohne besondere Infrastruktur zu benötigen. Es wird spannend zu sehen sein, welche Auswirkungen dies in der Zukunft auf Energiesysteme haben wird, insbesondere natürlich auch in Entwicklungsländern, so wie Jesse das uns erzählt hat. Und jetzt bedanken wir uns wie immer dafür, dass ihr auch diese Woche wieder zugehört habt und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr unseren Podcast an eure Familie und Freunde weiterempfehlt und uns auf Apple Podcast oder Spotify eine Bewertung abgebt. Zudem freuen wir uns auf eure Fragen, Anregungen oder Kritiken per Mail oder auf Twitter. Die jeweiligen Kontaktdaten findet ihr natürlich nochmals in den Episodennotizen. Ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao.